Hello. In A Plague Tyrequium gibt es in Kapitel 9 ein Windmühlenrätsel und ich zeige euch jetzt, was ihr da machen müsst. Wie gesagt, Kapitel 9 ist ein Spoiler. Wenn ihr es nicht sehen wollt, macht ganz schnell aus. Ansonsten seht ihr jetzt, was hier Phase ist und was ihr dafür sogar am Ende bekommt. Und das ist schon cool. In Kapitel 9 stehen vier Windmühlen rum. Da könnt ihr quasi eigentlich nicht vorbeilaufen. Und die sind teilweise an, teilweise aus. Ihr könnt in jede Windmühle reingehen. Manche haben die Türen offen, in andere müsst ihr reinklettern, müsst ihr ein kleines Schieberätsel machen. Nichts, was euch eigentlich vor Probleme stellen sollte. Bei der letzten Windmühle, da reagieren die Spielfiguren auch drauf, hört ihr so ein kleines Geräusch. Da ist irgendwas aufgegangen. Aber ihr könnt da noch nicht hin. Denn ihr müsst die Windmühlen in verschiedenen Kombinationen an und aus haben. Die ersten beiden müssen aus sein und die dritte und die vierte Windmühle muss an sein. Wenn ihr das nämlich gemacht habt, geht ein Versteck auf. Dieses Versteck findet ihr ganz einfach, indem ihr den Hang runterlauft. Da sind so Steinbögen. Da könnt ihr einfach dem Weg folgen. Und ganz am Ende des Weges ist eine Leiter nach unten. Das stellt einen nicht vor Probleme. Ich war ein bisschen doof und habe erst diesen Weg nicht gefunden. Aber da reden wir am besten nicht drüber. Und am Ende des Weges gibt es einen Schatz. Genau genommen gibt es zwei Schätze, die ihr plündern könnt. Und ihr bekommt einen besonderen Armschutz, wo ihr euch schneller von Treffern erholt. Das heißt, es lohnt sich doppelt, das nicht nur wegen der Schätze mitzunehmen, sondern auch wegen diesem Armschutz. Also es ist nicht so schwierig. Man muss nur wissen, wie man diese Windmühle aktiviert und deaktiviert. Und wo dieser Weg ist. Aber jetzt habt ihr es gesehen und es ist eigentlich kein Problem. Falls ich nochmal irgendwas finde, teile ich euch das gerne mit. Ich hoffe, ich habe euch geholfen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.